Ja, und jetzt geht's in die Klasse Junior. Siegerehrerin Klasse Junior, bitte alle Paare auf die Bandsfläche. Okay, jetzt schaut's euch was von der Seite an. Ja, auf den sechsten Platz, und das ist nicht überrascht, Heinrich Amhofer und Armin Maulkner, aber Gott sei Dank, der nächste Einheimung ist schon wieder größer, das ist jetzt ganz, ganz, ganz schönes Bescheid. Auf dem fünften Platz, Nikolaus Ziesler und Tiara Horvatsch, jedenfalls noch ein Veranstaltungsverein. Der dritte Platz, der geht nach Niederösterreich, an Florian Ziesler und Laura Wielmann. Ja, und die drei, da hat auch schon viele, viele Noelle gegeben, auf den dritte Platz. Haben es heute geschafft, Nikolaus Ziesler und Luisa Vonwey, von der Stadion und Armin Ziesler. Und der dritte Platz, der steht jetzt ganz oben am Brettchen. Der zweite Platz, der geht an Nathan Gerber und der Regenbremse von Kölhaus Aral-Töre-Fila. Und der erste Platz, Anholy Zofinger, Hanne Strubel von Aral-Töre-Fila von A-Töre-Fila. Vielen Dank. Vielen Dank.